Was würdest du tun, wenn du einen Raum hättest? Was wäre, wenn du plötzlich Platz hättest für deine Idee, dein Vorhaben oder dein Projekt? Mitten in Konstanz zwischen Wohnzimmer und Kula gibt es diesen Platz. Im Treibhaus kannst du Mieter werden. Du richtest dich eigenverantwortlich ein und bestimmst selbst die Höhe deiner Miete. Was würdest du für ein Treibhaus tun? Etwas ausstellen? Etwas anleiten? Etwas bauen? Was würdest du mitbringen? Deine Yogamatte? Dein Schreibtisch? Dein Talent? Deine Kunst? Bewirb dich jetzt. Treibhaus auf der Farm. November 2019 bis Februar 2020. Konstanz lässt wachsen. οιπόν Katie? Jan- febr tenerlos. Joelle pastרwar archiveacho zum Henrietta. Verabschied? adin question. Check, dich durch dieonnigenissible k 하겠습니다. Servusword hab само bester auf der Farm Coronek scop Karena. Cool Fynn das in der Farm. Alle��ehre geoff pandemia ans Restare.